Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der DC Liga in dem Potato Club. Und mit mir sind einmal Lurama, die gerade wegfliegt, alias Mephisto. Servus. Und der Gentleman, Snorri. Wie immer zur Stelle, genau. Und an unserer Seite ist natürlich Captain Kompost, alias Hide. Ja, das bin ich. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Polizeirevier, richtig? Genau, wir haben ja in der letzten Folge gegen Scarecrow kämpfen können und müssen jetzt erstmal unsere E-Mails checken. Deswegen müssen wir natürlich auch ins Polizeirevier. Ich glaube, wir müssen auch irgendwelche Erfahrungspunkte dafür abholen. Wir kriegen hier E-Mails? Ja. Ja. Und du kriegst sogar, über deine E-Mails kriegst du sogar Items. Oh, what the fuck. Der 3D-Drucker. Ja, genau. 3D-Drucker. Wieso? Das wird bei mir leider nicht angezeigt. Ich hoffe, einer von euch hat irgendwo den... Bei mir ist es leider auch nicht angezeigt. Was ist das wohl? Ja, das ist das Polizeirevier. Wer fliegt mir da? Ich kann nicht, wir können nicht fliegen. Das fängt ja schon gut an hier. Ach nee, bei mir holen nicht. Okay, dann mache ich es mir ganz einfach. Ich porte mich da hin. Ja, schön. Danke. Tschakka, tschakka. Danke, danke. Ach nee, da würde ich zum Haupt... Ah, okay. East End. Ich habe es jetzt mal gespeichert. Mir war... Du hast es gespeichert. Wo bist denn du? Da bist du. Okay. Na, schön den Leuten aufzudrücken. Er kommt mit dem Puschel in dem grünen Klotz hinterher. Hey, der Klotz hat auch Gefühle. Ja, A, Klotzgefühle. Das sieht aus wie hier fantastisch vor. Na, wir sind aber nur drei. Der Vierte ist krank. Ja, aber die haben so viel Platz in den vier. Ach so. Wie gesagt, Gefühle. Und da sind wir schon. Ja, wer braucht da noch öffentlichen Verkehr? Öffentlicher Verkehr. Ich habe eigentlich gerade sagen wollen, wenn Aya jetzt dabei wäre, würde man den schlechten Spruch machen. Aber dass du das machst, hätte ich es nicht gedacht. Ich muss ja zwei Leute verkörpern. Ach so, du verkörperst Aya auch noch. Ach, hier. Ah. Er ist in unseren Gedanken dabei. Ein bisschen mehr als ich jetzt gewollt. Was ist das? Ein Batwoman. Nehmen wir erstmal alle Sachen mit, die da sind. Ah, okay. Eine Couch, die nehme ich mit. So, wir müssen gleich mal alles anfassen hier. Genau. Nein, jetzt. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt... Ja, jetzt habt ihr leider verpasst, wie es noch wie gehandelt ist. Ja, das... Ja, weil ich mal wieder richtige Probleme hatte bei dem Spiel, weil das Spiel scheiße ist. Also nicht das Spiel an sich, sondern die Einstellung davon. Müssen wir hier die anquatschen, die Dame hier, die Batwoman. Ja, ja, genau. Dann gibt es wieder Erfahrungspunkte. Du weißt doch, man macht das nicht der guten Taten wegen, sondern wegen der Erfahrungspunkte. Man macht das, um Erfahrungen zu. Ja. Und damit müssten wir eigentlich wieder alle einen gemeinsamen Auftrag haben. Der wäre? Ich habe drei. Ich habe auch drei. Aber auf den Straßen ist Level 8. Ich glaube, da sind wir noch nicht bereit für. Dann machen wir doch einfach mal die Brainiac-Invasion, oder? Hast du die? Ja. Also hier... Florama. Ich muss mich an den Namen ausprobieren. Ja, ja, die habe ich auch. Würde ich sagen, können wir das erstmal machen? Ach, ich soll mich da mal melden? Gut. Das ging ja einfach. Fertig. Was? Ich bin fertig. Jetzt. Ja, Quatsch. Ja, du musst doch noch mal mit der sprechen, dann hast du den Auftrag fertig. Rebettum. Wer ist denn der Wachtmeister, wo wir gerade vorstehen? Lol. Herr Gentleman, du kannst auch mal unsere Blorama einladen. Ich bin Booster Gold. Die ist nicht mehr in der Gruppe? Booster Gold, Erkundungsabteil. Seit wann ist die nicht mehr in der Gruppe? Der Brecher durch. Ich muss wieder Klickfass. Ja, dann lade ich dich noch mal ein. Moment. So. Einladung müsste gekommen sein. Nicht? Na, dann nochmal. Es wird so lange eingeladen, bis du akzeptierst. Jetzt. Okay. Ich hatte gerade, glaube ich, irgendwo noch einen Fertigkeitenpunkt bekommen. Aber das war ja jetzt wirklich eine recht lahme Geschichte hier. Ja, wir stehen noch hier. Wie gesagt, sprech mal mit dem Wachtmeister, dann müsstest du was fertig gekriegt haben. Wir müssen uns alle gegen BrainYank verbünden. Schön, dass du... Ich habe mich gerade ein Level abgekriegt. Ich nicht. Ja, du warst ja schon Level 4. Kann die Fertigkeit nicht nutzen? Ach so, ich muss die nutzen. Okay. Aber eigentlich müsstest du doch jetzt auch Level 7 sein. Okay. Ja, ich kann es. Ähm, drück mal die J. Vielleicht musst du noch die letzte auf. Vollständig. Ah ja. Ah. Hm, cool. Ah, dann wäre die nächste jetzt BrainYank angreifen, ne? Jo. Okay. Dann folge ich euch mal unauffällig. Mehr oder weniger unauffällig. Ah ja, so unauffällig ein Typ mit Riesenzylinder und Cable. Ja, das ist der Gentleman. Ah, das ist ja ganz weit. Das ist ja gar nicht mal weit. Okay. So, wählen wir jetzt hier was? Wie seid ihr? Ja. Wir müssen einfach prüfen. Ist das ein Spieler? Ne, das ist kein Spieler. Oder Ryo Shan? Ich glaube nicht. Der hat einen Todkopf. Der hat einen Todkopf. Der sieht gefährlich aus. Die sehen sehr gefährlich. Bei? Ja, doch. Aber wir sind, glaube ich... Ich glaube, von dem kann keine große Gefahr ausgehen. Oder? Wo ist der Glück hier? Solange wir uns anreißen. Weil das ist jetzt ein Schurke. Aber der kann uns, glaube ich, nichts tun. Wahrscheinlich sind wir so wie wir schon weitaus unter ihm. Vom Level her. Deshalb der Tuck. Okay. 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 Oh. Ja. Oh, gut. Haben alle die Fertig? Ja. Ja. Sehr schön. Dann können wir ja weitergehen. Das ist ja quasi ein Vorspiel hier. Sag mal, das machst du absichtlich, oder? Ja. Du forderst den inneren Aya heraus. Ja, das ist vielleicht eine indirekte Aufforderung, dass Aya dieser Gruppe beitreten muss. Was machst du da mit den Bürgern? Ja, es hat geklappt. Er ist gerettet. Ach ja, die soll man gar nicht werfen, ne? Doch. Sehr schön. Dann werfe ich den jetzt da hin. Eben. Ah, jetzt habe ich da mitbezogen. Ja, treffen muss man können, mein Freund. Nee, mir kam so ein komischer Spion in den Weg und da habe ich den Spion damit abgeworfen. Aber das Spion hat... Hättest du mal dein Monockel mitgehabt. Hätte ich das mal getan. Lois Lane mit einem Bericht für Daily Planet Live. Schauen Sie zum Schmitt. Ist das ein Vogel, ein Flugzeug oder einer dieser neuen Helden und Schurden, die gegen die Brainiac-Bedrohung kämpfen? Eines ist sicher. Was sind denn Akkumulatoren? Sind das die Spion? Ja, das sind diese Viecher hier. Hm, die Scheiße. Schliess mit dir. Hm, das nächste Mal, wenn ich gefangen bin, kannst du ja versuchen, mich mal aufzusehen. Hihi. Müsste eigentlich platten. Schliess mich, schliess mich. Ich mag es irgendwie mit diesen Sachen zu werfen. Das sind Menschen. Ja, aber trotzdem. Ich mag sie trotzdem, wenn sie zu werfen. Ach, der Puppertierkirche? Mit der rechten Maustastik hat sie. Geil. Aua. Ich werde den Kopf schmerzen. Hey, jetzt. Ach, da müssen wir wieder woanders hin. Jo. So waren wir auch schon fertig. Äh, ich habe hier stehen, sprich mit dem SCU-Sergeant. Okay, das hat, ich glaube ich, nicht. Also, die müssen eigentlich schon woanders hin. Ich habe keine Ahnung, hast du da irgendwie, ähm, wo wir ja vorher herkamen? Da war doch so ein Sargent, hast du mit dem noch nicht gesprochen? Hier, es wurde eingeballert, ihr Ding. Ja. Da, eingeleitet. Wo kann man gleich nochmal hier die Dings angucken? Ach, hier. Alles klar. Äh. Ich glaube, da müssen wir mal. Hier nehme ich mal mit. Super gut. Und die Polizeibasis. Okay. Brainiac, ich habe hier auf die Straße und erkunde Reigns. Ja, aber da wäre noch Brainiac angreifen. Hab ich. Fertig. Ach so, okay. Also, wir müssen da jetzt weitergehen. Eliminiere Brainiac-Invasionstruppen und zerstöre Brainiacs Kommunikationsknoten. Wäre bei mir das nächste. Bei mir steht, sprich mit dem SCU-Sergeant an der Frontlinie des Brainiac-Angriffsen. Dann müssen wir nochmal bei dir zurück. Du hast nämlich mit dem noch nicht gesprochen. Natürlich. Und deswegen hast du da vorne keine, äh, die, die Sachen nicht vollständig gemacht. Ist ja schnell gemacht. Ja, das geht schnell. Und ausgerechnet der Gentleman muss die ganzen Passanten hier mitschleppen. Was ist denn mit dem Beamten da? Dem geht's nicht, der hat Kopfschmerzen. Ach so. Na, da vorne. Hier, nimm das. Nimm diesen Bürger. Wo muss ich jetzt hin? Ja, überrollt ihn. Ist der hier im Polizeirevier? Komm her, Bürger. Äh, ich glaub schon. Da können wir ja eben nochmal reingehen. Das ist jetzt meine neue Hauptwaffe. Was Passanten? Der Bürger in der Kugel. Och, lass doch den Namen Menschen. Wer überrollt die so schön? Ich frag das. Ich kann den nicht mitnehmen. Vergib dich zum Ziel, Gottfried und dein Bistur, Fuchs jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Ah, dann musst du wieder raus. Oh. Ja, super. Jetzt hab ich meinen Bürger verloren. Du kannst das doch nicht mit den armen Leuten machen. Doch. Du bist der Gentleman. Du solltest wenigstens am ehesten wissen, was man tun soll und was nicht. Ich werf die Leike, Sir. Och, ja dann. Eins. Eins. Aua, Macau. Wo geht ihr lang? Ich such den komischen Klüsch. Unser Gentleman ist wieder ganz woanders. Ja, ich bin gleich wieder da. Oh, Exabyte. Nehme ich mit. Ich will nur noch einen Passanten holen. Nein, ich fahr kurz ein Rennen machen. Ach, jetzt geht das wieder los mit den einfachen XP-Matten. Da kriegst du keine XP. Davon bekommst du Embleme. Aber stimmt, so einen Passanten. Den könnt ich mir holen. Da vorne sind sie. Und hier merkt das echt, dass Dorana ein Level höher ist als du. Ist doch gar nicht so. Da muss ich mehr. Aber anfangs war es so. Anfangs war es so, ja. Okay, jetzt bin ich wieder da. Wer ist da? Wer ist da, der Blaue? Ach, das bist du. Okay. Komm mal auf mich zu. Komm, 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 komm. Komm, wirf mich. Ja. Ich meine, nein. Aua. So, wo ist Blorama? Komm, schnapp dir einen Bürger und wir holen Blorama. Nein, ich lasse mich nicht auf so einen. Ach, komm, das ist wie diese Schneekugeln von damals. Wir sind Superhelden. Wir werfen keine Passanten auf andere Leute. Das ist deine Ansicht. Ich interpretiere das anders. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier hin muss. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Vor dem Polizeirevier. Da oben kommt man nicht hin. Da müsste eigentlich so ein Pfeil sein bei dir. Ja, und da geht's... Ein goldener Pfeil. Ah, hier. Da bist du. Ja, genau. Die musst du noch machen. Nimm das. Ich kann das nicht. Ich bin dran. Wenigstens bist du deinen Passanten losgebrochen. Ja, der rollt da irgendwo hinten weiter. Oh mein Gott, der rollt wieder auf die Stadt zu. So, du sagst Bescheid, wenn du die fertig hast. Ja, schon. Hatte ich. Okay, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt weitergehen. Wieder zu deinen Lieblingswaffen. Ja, genau. Zu den Bürgern. Wir benutzen die Republikan. So, das nennt man... Genau, das nennt man das Volk richtig einsetzen. Ja, ich weiß. Manchmal wäre ich eher der Schurke, aber ich mag das einfach. Ich würde die auch werfen, wenn da Schurken drin sind, falls das für mich ist. Von einem Gentleman, wo auch Gentle drinsteckt, hätte ich so eine harte Tour nicht erwartet. Wer weiß, vielleicht sind das ja hier Bösewichter drin. Dexter. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Jeder Politiker hat seine Leichen zu können. Ja, gut. Tach, Treffer. Aber die sind echt gut. Mit einem Wurf sind die Viecher tot. Ich hab hier so Geld. Echt. Zack. Zwei mit einem Wurf. Ich muss mir gerade echt überlegen, ob ich die einfach ins Meer werfe, damit ich die nicht weiter als Waffe ziehen kann. Die spawnen eh wieder. Ja, stell dir vor, die kommen dann wieder und werden nochmal darin gefangen. Wie blöd kann man sein? Ich nutze sie sinnvoll gegen die Brainiac-Invasion. So haben sogar die Leute ohne Supermacht eine große Funktion. Ich gebe den Menschen damit Hoffnung. Nein, ich suche nur wild aussehen, damit ich die werfen darf. Auch du bist ein wichtiges Mitglied dieser Gesellschaft, meinst du? Na, klaut er mir meine Kugel. Na gut. Oh Gott. Ja, komm her. Kleiner Wicht. Ja. So. Geht doch. Hui. So. Drei. Komm, die kriege ich noch. Ja, Treffer. Drei mit einem Schuss. Und noch mehr zu. Was hast du? Drei mit einem Schuss. Drei. Tja Marco, den gibt es aber immer noch neun. Ja, aber die stehen auch alle zusammen. Den einen habe ich schon fast über Bande geworfen. Was macht denn ihr gerade? Ich werfe die Bürger auf die Akkumulatoren. Moment. Wichtige Informationen. Und gucke, wie viel ich damit treffe. Zwei mit einem Schuss. Und ich schüttel einfach nur den Kopf. Und muss sowas mit ansetzen. Man kann sich seine Superhelden halt nicht aussuchen. Doch. Das haben sie nur im Prolog bewiesen. Okay. Drei Stück. Es sei denn, du hältst ihn auf. Jetzt kommen hier die ganzen Sprüche. Und dabei haben die gar keinen Sinn. Ja, die können sich ihre Superhelden nicht aussuchen. Ja, und in letzter Zeit gibt es hier verdammt viele Dachverlösen. Ja. So, bist du fertig mit denen hier? Dann könnten wir nämlich weitermachen. Ich brauche hier noch zerstörer BDX-Kommunikationsknoten. Genau, das sind die nächsten. Da könnt... Och, lass doch den Passanten holen. Nein, der kommt mit. Der ist wichtig. Das willst du noch sehen. Der hat eine wichtige Funktion. Das ist ein wichtiger Teil meines Pils. Ja. Ja, ganz schön scheiße gelaufen. Wieso? Er hat sie gut abgelenkt und einen kaputt gemacht. Abgelenkt. Stell mir das gerade vor, wie du total verfehlst und er dann schreit ins Wasserfeld. Ja, aber abgelenkt. Ja. Ja. Autofall Alpha reingeliebt. Na, ach da vorne die. Hier zählt. Stratus 10. Hopp, 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 hopp. Ja, sehr schön. Autofall Alpha reingeliebt. Ach, da muss man eh. Da müssen wir I gedrückt halten. Ja. So, jetzt da. Mehrwalt. So, na komm. Einer noch. Oh, und? Ja. Irgendwie hat er nicht gezählt, oder? Ah, jetzt. Okay. Gut gezielt. Dieses Kommunikationsfeld hat mein Signal blockiert. Alle Systeme laufen wieder. Und bring jetzt was gar nicht. Okay, also bei mir müssen wir jetzt wieder zum Polizeirevier. Genau. Okay, gut. Dann schauen wir mal, dass wir da schnell hinkommen. Jetzt können wir wieder den Polizisten erzählen, wie toll wir doch sind. Ja. Wir haben so viele Passanten gerettet, abgesehen von den paar anderen, die im Meer gelandet sind. Aber egal. Die waren immerhin noch in der Kugel. Opfer müssen geworfen. Die sind wenigstens nicht untergegangen. In so einem Hamsterball. Ja, andere zahlen dafür Geld, um sowas zu bekommen. Das kaufe ich dir sogar ab, dass manche Geld dafür zahlen müssen. Ja, es gibt sogar so eine Spielshow, da werden die in so einen Ball geworfen. Ich meine, das war irgendwie auch bei Takeshi's Castle, ne? Oh, da wird einer in so einen Ball reingetan und dann wird er da auf zweite gegegelt. Aber die zahlen nicht Geld dafür, die kriegen Geld dafür, wenn sie Geld haben. Ja, aber es gibt auch welche, die zahlen Geld dafür. Aber da fiel mir das gerade wieder ein. Das war immer cool. War es Büroarbeit? Nein, das ist Castle. Achso. Nee, nee, ich hatte hier gerade was gehört mit besser als Büroarbeit. Ich dachte, das hätte es wieder auch gehört. Büroarbeit war cool. Ja, ja. Ja, mein. Die Sehnsucht eines jeden Helden. Büroarbeit. Ja, wer weiß. Vielleicht wollen die auch mal einen ruhigen Tag haben. So ein Tag im Büro, das ist für die bestimmt was Feines. Ja. Ja, das Ding von Marvel, das hat sicher auch sehr viel Sinn für Papier. Mask in Schaltkreis. Ach ja. Ich habe noch auf den Straßen und Akunde Reins. Genau, habe ich auch. Ich habe immer noch Brainiac angreifen. Moment. Ach ja, wieso? Da hast du wieder nicht vollständig gemacht. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf den Straßen, oder? Ja. Und Reins ist eher so ein Booster-Gold-Auftrag, wo du hin und her laufen musst. Ach, verdammt. Da wird nicht gekämpft. Da ist keine Action. Dann auf, auf. Auf zum Atom. Auf zum Atom. Kommunikation ist das A und O. So. Auf geht's. Ja. Na, mal gucken, ob du mit dem Fliegen doch um so viel schneller bist als ich. Ich kann dir doch irgendwie einen Überschall machen, oder so. Ah, klar. Der ist super. Den kriegst du aber mit Level 9. Ach so. Der geht. Ursprünglich ist er auf der Num-Log-Taste. Oh, eine Neben-Quest. Ey, Level 2. So. Nachfolge. Ein Audio-Fight. Oh. Lass mich zu leicht ablenken. Oh, einfach. Ich glaube, er hat mir aber jetzt... Jetzt habe ich keine Angst vor Nadeln bekommen. Okay. So. Okay, richtig. Ach so, wir hauen die jetzt noch kaputt. Ja, dann. Keine Ahnung. Ja, dann hauen wir sie kaputt. Wir müssen dieses Venom aus denen rauskriegen. Und am besten prügeln wir es aus ihnen raus. Das ist immer die richtige Antwort. Oh, sehr schön. So. 7 von 10 bei mir. Ja. Kommst du mal her. Nicht weg. Einer noch. Ich habe noch 2. Okay. Okay. Dann brauchst du jetzt noch 2, oder? Jawohl. Soll ich mich doch mal mit Sigma machen. Ja. Nehmen wir noch 2. Da ist noch ein Hüpfer. Okay. Ah, jawohl. Und da ist noch einer. Das wird da wohl der letzte werden. Okay. Jawohl. Dann können wir jetzt weitergehen. Ah, tut doch. Knollige Trio. Knollige Trio. Oh, das Trollige. Das Trollige. Geh, schnell nach Cape. Hauptsblau. Ach, kaputt. Genau. Oha. Kat Carmein. Karine. Karine Cranja. Ah, okay. Genau. Das ist schön für dich. Ich werde hier von einem wütenden Mock verfolgen. Das ist der Nachteil, am nicht fliegen zu. Man wird gehasst. Bane ist wieder. Oh. Bin ich so leider nicht aufs Schiff. Lass dir mich das jetzt mal aufsammeln. Mann, Mann, Mann. Müssen wir das über Bord werfen? Nein, nein. Du musst einfach in der E gedrückt halten. Ach, der Knauen. Ah. Ach, sehr moralisch. Nein, wir entfernen Gefahren. Halbä. Das dachte ich auch. Ich habe dich auch geklaut. Geklaut? Äh, nein. Ich entferne Gefahren. Schnell gelernt. Ja, ja. Ich habe mich auch. Ich glaube, du bist immer zu weit weg von uns. Da wird das bei dir nicht alles mitgezählt. Ach ja, toll. Ja, ich hab aber auch... auch mir gefangen. Komm, ich mach. Da sind sie schon. Und die hauen mit den Kisten zu. Die hauen. Nur wenn sie zum Zug kommen. Nee, 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 nicht. Ich bin Gentleman, ich bin so schnell. Ja, ja. Nein, nein, wenn, dann werfe ich erst mal einen Türgat raus, damit ich die abgelenkt. Äh, ein... Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Den hab ich, glaube ich. Muskelkreuz, vielleicht sagt er auch. Jo. Zu. Schau, wie neue Klamotten. Das nehmen wir doch mal mit. Das ist eine neue Art Venom, extrem volatil und kurzlebig. So, ich würde sagen, ähm... Den nächsten Auftrag machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ja, genau. Willst du das sagen, Chef? Natürlich, das sag ich nicht. Also, bis dann. Bis dann, Chef. Ich hab mit mir aufhör Boot. Ich hab mit dem Pferd raucht. Vielen Dank.